war genau das genau das ist mein drachen rennen in common reach fangen wir doch direkt da mit dem rennen an wo ich sehe wo es ist hallo höhle schön dass du da bist hallo lo bist du wirklich angenehmer als mir bist du genauso an oder bis mir wurde gesagt das sollte sollte machbarer sein als das was ich bisher geflogen bin mal sehen wie diese challenge ist das beste auf ein ich schmeiß gleich meine tastatur gegen den bildschirm eines machen natürlich nicht weil das dafür war das alles zu teuer aber und bei sandy das werdet ihr nicht machen bildschirm und tastatur waren beides zu teuer dafür bildschirm war tatsächlich relativ teuer der war sein geld wert aber wenn ich so überlege das ist silber ok nicht optimal gespielt Let's see, ob ich das jetzt echt schneller hinbekomme. Das war, glaube ich, viel, viel, viel langsamer als noch. Vielleicht nicht so viel wie du am Anfang ausgehst. Und ich nehme die Einzelhüber-Bubblen gebrauche. Ich meine, ich habe da eben ein paar Dinger dran. Ich hätte gerne gewusst, wie langsam ich bin. Das war auf ganzer Linie eine Z-Nagen. Das war auf ganzer Linie eine Z-Nagen. Das war auf ganzer Linie eine Z-Nagen. Ich habe gar nicht mehr einen Z-Nagen. Ich habe gar nicht mehr einen Z-Nagen. Das war es gut. Ich habe gar nicht mehr einen Z-Nagen. Ich fühle diesen Kurs mal nicht so ganz. Ich fühle diesen Kurs mal nicht so ganz. So komme ich glaube ich keinen Meter weiter. Ich werde schneller bei diesem Kurs. Weil vorwärts fliege ich ja noch. Aber schnell ist glaube ich anders. Ja schnell ist absolut anders. Du hast nie gewusst. Du hast nie gewusst. Du hast nie gewusst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist eine normale Challenge. Echt nicht? Seit wann? Was? Männernippel sind nicht mehr erlaubt auf Twitch? Wow. Das heißt also, man kann gewisse diverse Streamer dafür reporten, wenn sie Nippel zeigen. Ich werde nicht schneller. Wir hätten einfach Frauennippel erlauben wollen, statt meine Nippel zu verdienen. Please. Oder? Breathe the Nippels, please! Das heißt, ich werde nicht mehr erlaubt. Das heißt, ich werde nicht mehr erlaubt. Ich bin nur nach unten. Ich bin nur nach unten. Ich flieg nach unten. Alles verloren. Nein, nicht alles verloren. Und was mache ich, wenn ich nach oben fliegen soll? Ja, aber welches? Ja, aber welches? Hätte mir kein Gold gebracht. Nein, hätte nicht. Ja, aber nicht. Das sind, Schatz. Also soll ich die eins drücken, ja? Ja, aber... Ja. Nee. Also soll ich die 1 drücken, ja? Nö. Ich war schon schneller, Schatz. Ja. Meinst dieses hier? Ich versteh jetzt nicht, wie ich's machen soll. Es geht wahrscheinlich so, wie meine Maus eingefällt ist, nicht. Also for real. Wie auch immer er das macht, es wird mit meiner Maus, so wie sie eingestellt ist, nicht gehen. Ich hab diesen Speed-Bonus, den wir in dem Video gesehen haben, einmal hingekriegt oder zweimal. Nacheinander. Äh, das war die falsche Taste. Good job, Alex. Deine Burger. Ich herYes. Sh Kid. WeekendGL Aber jedes Mal, wenn ich das versuche, bin ich einfach langsamer, viel langsamer. Ich brauch das halt nicht versuchen, weil es einfach keinen Sinn ergibt für mich. Oh, das war richtig dumm. Hä? Wieso sagt mir, wie soll ich das Rennen fliegen? Das war richtig dumm. Toll, jetzt bin ich dagegen geflogen, weil ich den Chat gelesen habe. Dann sag mir, wann ich welche Taste drücken sollte, wenn du sagst schnell. Neue Wettszeit, aber mir fehlen 1,1 Sekunden. Das war richtig dumm. 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 Ich weiß nicht. Ich werd nicht schneller. Und das nervt mich jetzt gerade extrem. Mal gucken, ob mir das Addon in irgendeiner Form hilft. Das sagt schon alles, dass ich Addon benutze. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Ich weiß nicht. Das war richtig dumm. Ich weiß nicht. Das war richtig dumm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war richtig dumm. So, es war nicht schneller als sonst, das Addon hat mir nichts gebracht, okay, ich habe jetzt gesehen, dass ich hier mal rausgefallen bin, aber das habe ich auch so gesehen. So, jetzt sag mir, wie soll ich es schaffen, schneller zu werden? Ich war jetzt gerade ein bisschen langsamer, aber das hätte ich noch vermeiden sollen. Ich wäre genauso schnell gewesen, wie ich es sonst auch bin. Okay, weißt du, was das nun bedeutet? Dass ich erst offline gehe, wenn ich alle Rennen auf Golf habe. Eher so zehn Wochen später. Ich habe ja nie mein Vigorrek verloren, außer an einer kleinen Stelle und da war es dann halt auch nicht mehr wichtig. Ja, okay, der Speed, den ich verloren habe. Langsamer, noch langsamer als vorher. Also, für das generelle Drachenleicht ist das glaube ich vielleicht ganz ehrlich amortiert. Wow, hatte ich gerade einen Back. Wow, hatte ich gerade einen Back. Das habe ich richtige Scheiße gebaut. Guck mal, damit das erklärt auch, warum ich so langsam bin. Und die Art und Weise, wie ich versuche, dieses Nacht zu bauen mit dem komischen, was auch immer, funktioniert halt einfach bei mir. Und jetzt habe ich meinen kompletten Vigorrek verloren. Das habe ich aber eben schon mal gemacht. Scheiße. Oh ja, war die US-Adels. Probiere irgendeine Scheiße aus, um noch mehr Scheiße zu machen. Damit du ja wirklich noch zehn Wochen brauchst für den Fakir. Weil wenn ich jetzt jedes Mal die Kasten an der gleichen Stelle erbrügele, komme ich halt auch kein Mieter von mir. Weil ich jetzt noch mal die Koppelette aus dem Vigorrek raus, dadurch war es dann wieder weh. Der aber auch nicht... Selbst wenn es nicht passiert wäre, keine Ahnung. Es ist Müll. Ich dachte, die sollten einfacher so ein Danke erzählen. Ich komme ja nicht mehr an meine alte Blastzeit ran. Richtig ran, meine ich. Das sind ja 0,2 gewesen jetzt. Aber ich bin die ganze Zeit dann Vigorrek. Deswegen... Das war's ein zweites Mal. Das war's für ein Mal. Das war's für eine Skämme. Eine alte Krone? und rüber hinweg geflogen. Ne, da bin ich auch wieder zugegangen, ich bin jetzt einmal komplett aus dem Video weg rausgefallen, zweimal. Ich hab noch die Dose weg, obwohl der ist ja noch nicht. Da ist das geworden. Ich weiß, ich kann es eh wieder runterschmeißen, weil es bringt mir nichts. Bis zum nächsten Mal.